Heute beantworten dir Studierende aus dem Studiengang Public Management die Fragen, die ihr über Instagram gestellt habt. Was gefällt dir am besten am Studium? Mir gefällt am besten, dass wir so gemischt sind. Dadurch, dass wir zurzeit relativ wenig Leute sind, kennt man sich persönlich sehr, sehr gut und hat auch einfach den persönlichen Zugang zu den Vortragenden. Das ist sehr angenehm. Wir haben wirklich von ganz Österreich verteilt Leute, die herkommen, die sich für das Thema interessieren und wir lernen gemeinsam voneinander und miteinander. Also manchmal hat man dann so ein Aha-Erlebnis, dass man sagt, die letzten zwei Jahre hat man in der Arbeit schon bestimmte Begriffe verwendet oder gehört und jetzt lernt man eigentlich erst den Hintergrund dazu. Es ist wirklich alles so ausgelegt, dass man nur alle zwei Wochen die Lehrveranstaltungen hat. Das heißt, man kann sich das gut einteilen mit den ganzen Arbeitsstunden. Das heißt, man kann sich das gut. Untertitelung des ZDF, 2020